18.05. Wir sind in Benndorf. Wir waren heute Morgen schon mal da. Wir haben hier reingeguckt in unsere Blaubeute, die schon wieder voll besetzt ist mit Bienen. Die muss noch mal geschröpft werden. Wir hatten schon bestimmt sechs Spielnäpfchen gesehen. Kommt also Schwarmstimmung auf. Wir schröpften das hier. Wir haben eine Leerzeige dabei für den Ableger. Bei Markus nehmen wir zwei Futterzargen, die wir schon vorbereitet oben im Honigraum haben, raus. Wir packen links und rechts und dann von uns zwei Brutwaben mit verdeckelter und ganz frischer Brut, um dann da auch eine Königin nachzuziehen. Die nehmen wir dann nachher mit einer Antweiler. Anstelle von den Brutzargen, die wir hier rausnehmen, packen wir zwei Mittelwände rein. Dann haben die Bienen bei uns wieder Arbeit und Beschäftigung. Und hier ersetzen wir dann auch die rausgenommenen Futterwaben durch zwei Mittelwände. So, jetzt machen wir die zwei Wände. Hier sind die vollen Wände. Hier sitzen noch nicht so viele drauf, aber die sitzen nachher auf der Brut. Da ist noch ein bisschen verdeckelt. Also, ich weiß gar nicht, ob die Königin drauf sitzt, oder? Das ist der Honigraum. Dann sind wir hier schon fertig, ne? Mhm. Das ist der Honigraum. Das ist der Honigraum. Ich mach das so. Die nehm ich jetzt mal so direkt vom Kopf runter. Ohne Sprengaschen. Ich mach das so. Die nehm ich jetzt mal so direkt vom Kopf runter, ohne Sprengaschen. Ich mach das mal so direkt vom Kopf runter. Ja. Die nehm ich jetzt mal so direkt vom Kopf runter. Die nehm ich jetzt mal so direkt vom Kopf runter. Ja. Die nehm ich jetzt mal so direkt vom Kopf runter. Ja. Die nehm ich jetzt mal so direkt vom Kopf runter. Ja. Ja, weil er sagt, er soll immer die zweite ziehen, damit die erste nicht. Achso, er wird er jetzt nicht. War ja nicht, er war nicht festgemacht. Okay. Können wir die in die Seite stellen, ne? Aber ich werd nicht vor das Flugloch stellen. Ja. Das ist schön. Du kannst jetzt festhalten, weil ich muss die hier da rüber schieben, ne? Und dann nehmen wir hier mal die dritte. Ja. Müssen wir gucken, ob da junge Brot drin ist, ne? Ja. Da ist aber nicht viel, ist nicht viel verdeckelte drauf, ne? Da ist noch Pollen mit drin. Da unten sind Magen. Hier müsste ja frische Brot sein in der Mitte, denn die ist ja links und rechts verdeckelte. Da müsste wieder etwas Neues drauf sein. Soll ich mit der Brille gucken? So stifte sie. Muss ich mal gerade aufmachen. In der Mitte, da wo jetzt nichts ist. Ja? Moment, ich gucke mal. Warte, ich geh mal mit. Boah, das seh ich gar nicht. Warte mal. Doch, da ist was drin. Ja, da sind Stifte drin. Ja, da sind Stifte drin. Ja, ja, seh ich. Willst du mal gucken hier? Siehst du da was? Da ist auch Futtersaft drin. Ja, klar. Nehmen wir die? Ja, die nehmen wir. Okay. Ich hab keine gesehen. Die ist ja rot gezeichnet. Ja, die würden wir ja direkt sehen. Würden wir direkt sehen. Wir gucken mal gleich noch. Ne, gucken wir mal durch. Genau. So. Eins, zwei, 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 zwei. Hier ist ein schönes Bord. Ja, das ist super. Aber da ist jetzt alles verdeckelt. Guck auf der anderen Seite. Ja, die müsste ja dann am Rand oben. Müsste ja Stifte sein. Doch, da sind Stifte drin da unten. Ich seh sie. Ja, ja. Ja, da hast du aber eins. Das ist aber jetzt hier. Allerbunde, ja. das kostet aber. okay. warte mal. ja hier ist pollen wieder am rand. da sind noch kleine maden. ja. noch mal dazu und dann gucken wir noch die königin. bitte? die stifte waren drin. ja ja. gut. die hatten wir hinten raus. das war die zweite. hier die königin laufen. nicht. ich guck mal auf dem drohnenrahmen. ja. ich guck mal hier so schnell durch. so schnell das hier. oh da war die lutzendlich. naja. da siehst du nicht von? dann fangen wir hier mal an. ich sehe sie nicht. ich guck auch mal unten in den kasten rein. guck mal hier. geh mal weg. ich guck mal hier. ob sie da am rand ist. da ist nur eine weiselnzelle. ist sie offen? wo? da ist sie nicht. tatsächlich. die kannst du noch brechen. noch mal auf. einfach mit dem. ne mit. ja oder damit. ist egal. ja. mach mal auf. mit der schaffen. da ist noch sogar was drin. ne. also. so. ja. ja. bauraum hat mal geguckt. ne. ja. guck mal den hier mal genau. da geht guck mal unten rein. ja. gut gezeichnet. ich sehe nichts. ich sehe nichts. okay unten unten ist auch nichts. dann die nächste. wo ist das lo da? wo ist das lo da? da ist nichts. mitgenommen haben wir sie nicht. ne. siehst du nicht? ne ich guck jetzt gleich nochmal. guck mal die da drauf? ne. so gut geguckt. jetzt noch mal durchgucken. ich gehe nicht bevor wir sie nicht. ja. da ist sie. da ist sie. okay. prima. da ist sie. ja. wo ist sie? moment. da. da läuft sie. ja. okay. wunderbar. so. das war die außenwabe. ja. die außenwabe hast gezogen. richtig. dann tun wir die jetzt da rein. äh. mittelwand kannst du mal schweigen. oder zwei. die tun wir jetzt an die dritte stelle. vor den drohnenrahmen. ja. machst du beide an der dritten stelle. von beiden seiten. und die tun wir hier rüber. vorsicht. dann kommt die dann hier rein. auf die dritte stelle. genau. genau. die kann ich gar nicht kommen. da. ein bisschen doof jetzt. zusammen schieben. ne. kannst du immer noch. bei den haufmann rein. schnell noch ein. ein bisschen. so. gut. ist nur soweit. dann haben wir Smoken noch. ja. jetzt ist spät. so. dann hängen sie auch drunter. okay. ne. ne. nur ameisen. gesundheit. ne. hier. hier sitzt es mir. wir können mal grad zeigen noch. dass der honig noch nicht verdeckelt ist. ich nehme mal hier. aus der mitte. da sieht man. dass der honig. noch nicht. ausreichend verdeckelt ist. er müsste. drei viertel verdeckelt sein. aber. ist nur ein schmaler streifen. eindeutig zu wenig. ja. ja. das hat hier nicht richtig. warte. warte. nimmst du auch mal mit an? ne. das ist eng. also wir halten fest. die hauptsagen sind Mist. ja. 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 okay. ja. ist nicht schlimm. ja. ja. das ist ja. klatsche hat mit aufgenommen. ups. ja. ja. das machst du. ja. ist deine. So. Bis später. Spanngerucht. Ne? Das hat sie zugehört, ne? Das ist nicht. Tut sich noch mal drin. Lass mal oben rein. Ja. Ich lebe da noch. Und die vertragen sie auch. Ja. Gucken wir gerade nach der hintenwand. Dann ist auch nichts gefallen. Sie leben noch. Ja. 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 Ja.